So, Welt 4, dessen Name ich bisher noch nicht weiß, weil das Ganze hier Vanilla Secret heißt. Was ist denn das schon wieder für ein Anfang? Wenn ich das schon wieder sehe. So, hier gibt es sogar Yoshi. Stimmt, den habe ich gerade gar nicht mitgenommen. Ich war ja wieder mal im Power-Up-Haus. Ah, Mist. Zum One-Up wäre schon cool gewesen. Komm her. Ah, Mist. Es wird nichts mit dem One-Up, kann ich vergessen. Ah, jetzt erst recht nicht. Hier kann ich ja drauf springen als Yoshi. So, hier hoch. Dieser Typ, kann ich den? Ja, aber der wird sofort drunter geschluckt. Oh nein, ein Bomben. Ich weiß jetzt nicht, ob das ungefährlich ist. Ich habe Angst vor dieser Stelle. Ich habe jetzt direkt mal nachgeguckt, ob das ein Secret Exit ist, aber es sieht nicht so aus. Deswegen kann ich hier einfach durch. Danke. Ach, Yoshi. Ach, Mist. Ich habe ja die Fäder nicht. So, das war Vanilla Secret 2. So, mit Mario geht es jetzt auf der Cheese Bridge weiter. Weil der sich, im Gegensatz zu Luigi, um die normalen Level kümmert, und nicht um die Secret Exits. Also, es ist eigentlich vom Prinzip her ein Autosquirling Level. Das war gerade echt knapp. Wenn man nicht hinter den Yoshi-Coins her ist, dann ist ja eigentlich kein Problem. Gebt mir die Fliege. Achso, wenn man Yoshi hat, ist das praktisch. Okay. Die Steuerung ist komplett scheiße. Ich weiß nicht, was passiert. What the fuck? What the fuck? Soll man hier irgendwas Besonderes machen, oder? Soll man hier irgendwas Besonderes machen, oder? Okay. Was? What the fuck? Ah, der fiel in der Level. Ich bin nicht mehr... Ne, die tun wir ja gar nichts. Was? Na komm, du per. Ah, yo. Das Level ist wieder mal richtig krass. Ah, jetzt wird's krass. Ne, doch mal so... Ich... Garne mal so krass. Ich weiß nicht, ob die mir was tun. Aber es sind ja eigentlich auch diese... Delfiner. Ich weiß nicht, ey. Was ist denn nur ein Grund, weil ich gerade Pinguine sagen? Ich weiß nicht, warum. Das war's mit dem Level. Krasses Level. Gut, ich hab's mir mit Yoshi einfach gemacht. 40. Drei Punkte von der 90... Äh, von der 100 entfernt. Das Level habe ich jetzt nicht so ganz kapiert. Hab' dann Lust. Ich hab's geschafft und darum geht's. Ne, keine Ahnung, ich würde es dann wahrscheinlich nochmal machen. Weil man muss, um alles zu bekommen, ja... Jedes Exit finden. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Exit zählt, wenn ich da... Einfach so das Level geschafft hab. Also, meiner Meinung nach ist es kein Exit. Es ist schon ein Exit. Aber nicht... Ein Exit in dem Sinne, wie es... Ein Exit sein sollte. Nur zur Sicherheit. So, okay. Oh, shit. Noch schnell weggeflogen. Nein. Okay, gut. Vor allem nicht, ob das so gedacht war, dass man... ...die Piranha-Pflanzen auch besiegen kann, wenn die in ihrem Stall hocken. Ich bezweifle es nämlich. Ich würd' die Typen gerne so von oben besiegen. Ja, okay, hat sich geklärt. Oh, lol. Ähm, Yoshi-Coin, okay. Yoshi-Coin. Yoshi-Coin. Der drüben ist bestimmt auch was, oder? Ne, anscheinend nicht. Zack. Yoshi! Ich würd' gern einen Power-Up. Gibt's das? Was zur Hölle? Ich geb zu, das Teil hab ich noch nie gesehen. Es ist schon klar, dass das eine Wolke ist, aber... Ich glaub, ich glaub, man weiß, worauf ich den auswählen. Ich glaub, ich glaub, man weiß, worauf ich den auswählen. Ich glaub're da hab ich denn auch nichts drin. Kann. Okay, da ist nichts. Und... Hä? Das war eindeutig berührt. Das waren eindeutig 50 Punkte. Eindeutig. Ach, Cookie Mountain heißt das. Okay, und jetzt geht's zur Secret Castle. Secret Underwater Castle. Das macht das Lille auf jeden Fall sympathisch. Komm schon. Okay, das hätte mir ja auch mal jemand sagen können, dass die unverwundbar sind, oder? Nevermind. Was ist das denn jetzt? Gute Exit, oder was? Ich werd's wohl bald rausfinden. Ja, die, die bisschen dunkler sind, fallen runter. Ich weiß nicht, ob ich besser komme, wenn ich... Ey, was ist denn das für ein Level? Komm, mach durch jetzt. Was ist das für ein Level? Mein Gott. Das ist ne Taktik, um Leben zu fahren. Man geht mit Yoshi da wieder rein. Und dann kriegt man da jedes Mal ein Yoshi, äh, ein Leben. Praktisch. Ach, stimmt, auf die kann man drauf. Hab ich jetzt völlig vergessen. Na, dann wird's ja diesmal was. Komm mal zurück. Wo ist das vor? Hä? Ich hasse sowas. Ich lauf wahrscheinlich vollkommen bescheuert. Ich hab's eigentlich gewusst, dass ich das jetzt nicht schaffe. Ja, da warte ich lieber. Und lass den Fisch extra noch vorbei. So, was sind die Fächer? Ach, das scheint irgendwie ein Skip gewesen zu sein hier. Das gibt's doch nicht. Ah, oh shit. Anfangs gar nicht bemerkt. So, weh. Ich bin jetzt hier falsch oder so. Gehst du rein? Hallo? Oh man. Oh man. Ja, in die Richtung geht's wenigstens schneller. Aber doch nicht. Die drehen sich auch noch in verschiedene Richtungen. Schaff ich das jetzt noch von der Zeit her? Ja, warum geh ich auch nach links? Ist doch dumm. Wer außer Chuck Knows geht denn bei Mario nach links? Hallo? Wie gnädig. Ja toll. 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 Junge. Ach. Resnor. Doofe Situation. Doofe Situation. Ja toll. Particularly die B will Vorbeer lesen, Kackle. Ja toll. Und durch. Franc적으로. Kaffee So, ja, ich habe jetzt mal weiter dieses Level hier weiter gemacht, um das normale Exit noch zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier drüber komme. Also auf jeden Fall nicht. Nee, es wäre, glaube ich, nichts geworden. Ah, gut. Glück gehabt. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Warte mal, hier ist das Secret Exit, oder? Mache ich jetzt mal das Exit. Mache ich jetzt mal, hier ist das Secret Exit.